Ajo, was geht denn ab? Das ist Frühling, 31. März 2022. Ich filme mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra. Mit dem Schreberkarten. Untertitelung des ZDF, 2020 14 Uhr am Nachmittag. Untertitelung des ZDF, 2020 14 Uhr am Nachmittag. 15 Uhr am Nachmittag. 14 Uhr am Nachmittag. 15 Uhr am Nachmittag. 15 Uhr am Nachmittag.